Ah, hier ist es auch. Okay. Hier auch. Also auf allen drei gibt es wahrscheinlich alle drei Symbol. Tee mit Fisch oben drauf. Tee mit Fisch oben drauf. Das da. Warte, da unten habe ich auch was. Dieses Zeichen, dieses Zeichen. Das letzte Zeichen passt nicht. Ah, ja, ja, ja. Oder? Nee. Ich glaube, es muss auch die richtige Reihenfolge sein, oder? Die richtige Reihenfolge. Tee. Diese Kerze. Und das da. Also noch eins nach unten. Wo ist es? So, jetzt ist es genauso wie dort. Jetzt. Das hier. Das hier. Raus mit dem. Hä? Ups. Ich glaube, das muss da nicht drauf. Fließen wir das mal. Ah. Jetzt leuchtet es. Ja, sieht so aus. Da müssen wir hin. Also, okay, okay. Da ist dieses Ding. Was habe ich damit jetzt geöffnet? Ich weiß, dass da der Riss ist. Ich weiß, dass da der Riss ist. Ah. Diese Aufzeichnung. Die Konfiguration des neuen Versuchs wurde durch den Ausfall eines Hockey-Knotwirts Komi-Hara, du musst dich zum nächsten Aufgang abschließen. So, wie du darauf vorbereitet wurde. Und du hast die Kugel in der Mitte. Wähle die Fokus-Symbole für diese Einstellung aus und setze zwei volle Zellen wie Taie ein. Zwei volle Zellen. Okay. Besinne dich auf dem Markus-Unterricht. Mihara, meistere die Kugel. Deine Konzentration und Disziplin werden es sein, die das Tor öffnen und das Gegenstand ermöglicht. Das hier? Warte mal. Was ist das hier? Das ist die Kugel. Oh, mir schwindelig. Ah, was war das? Was war das? Ich glaube, das brauche ich nicht. Die Kugel? Ja. Die kommt da rein. Safe. So, jetzt passiert was. Jetzt drücke ich hier drauf zwei Vitae Zellen. Also das hier wahrscheinlich. Eins. Zwei. Nee. Ist es nicht. Die Tür ist zu. Die auch. Öffnen Sie das. Was findet man jetzt von mir? Vielleicht das da da rein. Das könnte sein. Und wem ist? Nö. Zwei Vitae Zellen. Die sind dort drüben. Warte mal. Ja, das ist kaputt. Denn diese zwei brauche ich von dort. Doch dort komme ich jetzt nicht mehr hin. Äh. Was ist das hier? Da habe ich irgendwas aktiviert. Ich nehme das jetzt mal weg. Geht nicht. Jetzt immer Kontakt mit das zu doden. Kann ich das da rein geben? Geht nicht. Geht nicht. Hier, bitteschön. Mach auf. Da sind ganz viele von diesen drei. Komm, du bist mein Licht. Jetzt habe ich dort hinten noch dieses Dings aufgemacht. Die Richtung will gar nichts. Dort habe ich es schon probiert. Ich lege es mal einfach da hin. So. Jetzt leuchtet das dort. Dort komme ich aber nicht hin. Kugel. Zwei Vitaille zählen. Das sind diese Dinger. Wie komme ich dorthin? Was soll ich mit diesen Dreiecken da? Was, wenn ich das jetzt wieder öffne? Dann öffnen sich die Türen. Okay. Das ist so ein Schutzmechanismus. Okay, okay, okay. Okay. Ich habe kein Bock hier draußen zu sein. Was ist das? Ich fühle mich gerade wie ein Stranger Things, Mann. Ach du, Kack. Da. Ich habe ein Ich habe mich nicht verletzt. Meine Kollegen haben meine Formulierung genommen, einige die benutzen die Vitae an der Gate, andere die die Vitae zu verletzten, und die Gefühle zu verletzten. Die Gate hat tatsächlich fallen, aber catastrophisch, die Energien außergewöhnung. Aber die Faktorien schreien, wir haben in den schlimmsten Fällen verloren. Es ist meine Aufgabe, zu bleiben, zu sehen, ob ich es finden kann. Ich habe keine Wahl, aber die Vitae zu benutzen. An Ocean hält die Großempresse zu leben, so eine meagere portion wird für mich. Wenn jemand diese Rekord findet, wissen Sie, dass ich der Traitor Keita, Alchemist, Apprentiert von Tamarku. Das hat sich noch ein, ich kann die Flucht aber sehen. Ich habe die Flucht. Und wiederum? Ich bin noch zu Hause. Ich bin noch ein! Das war die zweite. Kann ich die rote lesen? Immer noch nicht. Das flackert. Jakku's early experiments with the orbs summoned an entity, a creature that scarred the world with its passing and wreaked utter destruction. The scar took the form of living pulsating flesh. I have studied the orb and I now know why the scars appear. I believe I can make use of the same perturbation to achieve our own ends. Da ist noch eine. Ich habe eine Formulatur, die in Sympathie mit dem Puls des Orb ist. Es hat mir viele, viele, viele Rises in die Gäste zwischen meinem Arbeit für Tamako aber endlich ist es geschafft. Ich habe eine Formulatur, die in Sympathie mit dem Puls des Orb ist. Ich kann die Symptome der Red Flesh verbrechen. Und mit ihnen wird die Destruktion durch die Vitae-Netzwerke. Diese wird die Antwort��ierter bezeichnet werden. Das ist eine Formulatur, die wir suchen. Letz dich mal. Das ist eine Formulatur, das ist eine Formulatur. Das ist eine Formulatur. Ich habe einen Moment. Ich habe ihn in der Formulatur. So, jetzt kommt die Kugel wieder da drauf. Und da kommen diese zwei Dinge. Aha. Jetzt ist es dort drin. Ah. Jetzt nehme ich das hier. Ja. Gib das da rein. Und das teleportiert sich dann dorthin. Jetzt ist es dort. Gut. Dann gib mir meine Kugel zurück. Ein Turm. Oh, nice. Lauf, lauf, lauf. Oha, ich komme da nicht durch. Jetzt aber. Kompass. Ich habe es geschafft. Ich dachte, jetzt kommt die Frau von draußen. Hallo? Ein Punkt. Oh, Licht. Oh, die Welt. Okay, okay. Ich bin nicht richtig angekommen. Wie komme ich zu ihr hin? Ich bin doch... Ich spring doch da nicht runter. Es ist easy, aber... Okay. Wir folgen den Weg. Ah, da das ist Ah, das ist Ah, das ist Was machst du, Little One? One and one Yes, but what is one and one? Where is two? Oder elf? Alice? Alice can't play Alice can't play Why? Alice is gone, don't worry mama, I'm here Oh Ein Baby Was passiert mit der Welt? Also Muss schon sagen Krass ist doch schon Alice? Alice! Selim! Selim, quickly! Okay Irgendwas passiert mit dem Kind Nein Nein Nein, 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 nein Du bist so viel größer Das wird nicht real Wach, wach, wie er Oh Gott Oh Gott Oh Gott, Mother Mary Was werde ich tun? Oh Gott Oh Oh Come on Come on Pull yourself Together Oh Rowrie Not enough Ich kann das nicht glauben. Was, wenn ich mich noch größer bin? Es ging aber auch super schnell. Du musst halt Steine heben, tut mir leid. Oh, sehr dunkel wieder. Ich glaub wir müssen da rein. Dafür brauch ich einen Spreysitz. Irgendwas, was knallt. Das kriegen wir nicht drauf. Okay, das wird dauern. Das ist eine Falle. Kompass sagt nein. Kein Weg nach draußen. Ich kann nichts mehr runternehmen. Oh, mein Baby. Mein Baby will mir was sagen. Oh, little one. Da. Nach oben. Kletter da durch. Geh ins Licht. Funktioniert doch. Oh, Leiter. Ja. Es wird Wasser brechen. Wetten wir. Oh. Okay, sie ist runtergesprungen. Kletter. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, das ist jetzt. Ich bin. Kompass, die Richtung. Aaaa, da ich komm. hier gibt es nichts zu holen nichts meine petrollampe ist auch leer groß und noch eine noch zwei streichwürze sieht aus jetzt müsste ich da noch mehr streichwürze sehr gut in die richtung und da komme ich von da ist auch gar nichts dann geht es hier nach draus da 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 Was passiert hier? Sie erschreckt sich vor dem Ort, okay, okay, okay. Wenn sie sich diese Sachen anschaut. Schon gut. Wir müssen aufpassen, auf was wir treten. Aber ich muss da doch. Christi. Ich bin jetzt wieder zurückgekommen. Okay. Okay. Es ist auch einfach viel zu dunkel. Was ist das? Was ist das? Was ist das Wasser? Wie ist das Wasser? Was ist das? 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 Und wie ist das? Wie ist das? Wie Marshall zu hoch? Ich hoffe, du bist richtig. Ok. Ok. Irgendwas mit dem Mechanismus zu tun? Hmm. Aber was? Es ist die Stadt wieder, little one. See? Es ist eine andere Gatorade, ich glaube. A Portal. Like in der Laboratorie, aber... Big genug für uns. Look, little one. Ich glaube, das ist die Weg aus hier. Ich weiß, es ist verrückt, aber... Können wir es arbeiten? Was ist passiert denn? Ah, dieses Ding vielleicht. Du? Ja... Wir hatten Reiss. Der Zura gibt es wirklich. Ich habe eine Kugel aus dem Schrein in der Salzminde mitgenommen, aber... Der Schatten jagt mich und ich bin gefangen. Ich werde den Übertritt versuchen. Es ist mein einziger Ausweg. Wer Herbert... Okay, er hat die Welt weit gebracht. Ah, da klingt was. Achso, das ist Licht. Licht will ich nicht. Da. Beobachtung, Gefäß. Das... Leiden der Flasche und Gefäße im Apparat im Portal-Kämmer ähnelt, aber leer. Zerbrochen. Geschweißer, gegossen. Spiralsymbol. Der leidende Flasche auch auf Tür in der Nähe des Lagers, die zur Labyrinthglitter kann man unterführt. Nee, keine Labyrinthen. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Was leuchtet, was? Ich glaube, wir müssen da rein. Aha. Das sieht nach... Ein Gebiet aus. Ah, ich muss kurz... Was machen? Das Stummschalten. So... Passt. Professor, ich glaube, das hier ist bloß ein Teil eines größeren Bauwerks. Ist, äh... Das Archiv bezeichnet diesen Ort als Tor, aber es erwähnt auch andere Tore. Wenn ich das richtig lese und hier ein Symbol, das ich als Ertrag oder vielleicht Ernte verstehe, vielleicht hat das etwas mit diesem Samen zu tun. Okay. Ja, okay, okay. Aber keine Erleitung. Ich hatte recht. Und es ist schwer hinzunehmen. Ich habe ein Mitrium, darin eine Kugel und mein Tölpel. Zum Rheinburg-Geschick. Vielleicht kann noch etwas gerettet werden. Die Narbe. Die Tür von Handelwerten-Forward. Zu viel Text. Ich kann das nicht. Nichts Besonderes. Sechs. Lass mich mit den... Ah. So. Resonanzkörper. Einstellen. Schalter für ätherischen Fluss. Portal-Kammer. Fokus-Steuergerät. Okay. Sockel und Schild der Kugel. Leitende Flaschen. Energiespeicher. Zack, zack. Da steuert das. Die Kugel muss genau da, drunter und da. Okay. Was ist mit dem? Aha. Und links. Im anderen Raum ist was. Nichts versteckt hier. Was ist das? Das ist Richards. Er war hier. Super Zufall, Sachen zu finden, ist auch krass. Okay, das kriegen wir noch nicht auf. Dazu fehlt mir was. Was sagt mein Kompass? Gar nichts. Da ist ein Loch. So muss ich immer nur in die Dunkelheit. Was ist das? Ah, mein Baby. Wir werden sicher sein. Die kriegen wir nicht auf. Und da ist es. Wie geht's mir um. Also gibt es das P sangat. Vielen Dank.